Liebe Leute, wir sind wieder da, jetzt zeigen wir euch einen Dungeon, Dungeon, Dungeon. So, betreten, betreten. Betritt er, betritt er mit. Aber nicht zurücktreten. Bitte betreten sie mich, aber bitte treten sie nicht. Ah ja, wir sind schon spaßig. Die Ladis-Gemüse eignen mich immer so ein bisschen an so Witscher. Ich hatte gerade so einen Ast-Reihen-Welt-Untergangs-Diablo-Ding. Okay. Ah, okay, der war. Knopf drücken. Nein, das war ein Hebel. War eben ein Hebel. So müssen wir nach dir einsammeln, weil das ist irgendwie, ne. Doch. Was denn? Nein, das war ein Hebel. Familienvermögen, bla bla bla. Habe ich nicht gekriegt. Deswegen muss ich auch nicht mehr so munis. Da habe ich bis jetzt gekriegt. No. Muss ich nicht mehr so. Das muss die Daily sind, glaube ich. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, dass das Spiel mir in jedem Dungeon sagt, was ich zu tun habe. Ja, ich weiß auch nicht. Das nimmt so ein bisschen die Spannung daraus. Ja, ja. Die Abenteuer losgehen verloren. Ja. Alles selber rauszufinden. Jetzt will ich den Knopf drücken. Ne, Hebel. Sorry. Alles gut. Es sind nur unterschiedliche Techniken. Bewirkt aber ungefähr dasselbe. Das ist richtig. Und ich habe nur nie hier Porsche rausgekriegt, das ist jetzt euer fucking ernst. Ich habe mit Invasions-Ticket gebeten. Wow, 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 Eisgussölle. Boss mich halt bei normalen Mops. Kommt alli hier. Wow, das ist echt zu dir. Und da kommt mehr. Ja, da kommt jetzt auf der Brust, glaube ich. Man, natürlich absorbst du jetzt Energie. Kommt alli. Kommt alli. Mama, 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 Mafuku. Mama, Mama, Mama. Das habe ich aber jetzt auch ganz schlecht. Wow. Gut, ich habe es mir nicht fast gedacht. Wow, 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 wow. Hält doch mal auf hier. Finde ich jetzt very uncool. Alter, was gegen hier? Ich bin tot. Wir haben irgendwie voll Bock auf mich, klar. Gott sei Dank habe ich mir die Schnellheit tränke in die Leiste gezogen. Ja, ich habe die auch drin, aber es hat sich gar ausgereiht. Nee, ich hatte es schon normalen genommen und habe dann noch jetzt gerade ganz schnell die Schnellheit tränke nehmen müssen. Läuft ey. Ja, aber ey, wir haben den Anspruch vermisst. Die mit unserer großen Körbe, weiß das doch. Ich mache mal so lange die Blitzkanone planen. Ja, ich gucke hier auf Neuro, was drin ist. Niemand braucht diese Blitzkanone, oder? Kommt alle her hier. Die. Die. Ich glaube, das ist gerade unser Vorteil, dass wir so lange brauchen, weil diese Fliegeviecher brauchen wir für irgendwas. Ja, so ein Crestmarker über uns. Über sich. Nicht über uns. First floor, third stage. Ah, okay. Boah. Noch langsamer einsammeln geht gar nicht mehr. Und kaputt machen schon mal. Hä? Warum bist du jetzt da durchgegangen? Ich hoffe, ich gehe ja gerade durch. Aber das bin ich mitgekommen, ich wollte gerade sagen. Die unendlichen Jagdgründer eignen sich besonders für Gruppen. Du bist auch ein Laden, what the fuck. Ich laufe schon rum, wahrdäutig. Und dann kommt von dir die unendlichen Jagdgründer. Too obvious, wenn du mich weißt. Also grundsätzlich muss ich aber sagen, finde ich sie bis jetzt nicht so schlecht. So von der Härte. So, jetzt habe ich das einer auch schon abgeschlossen. Na, mir fehlt eins noch. Komm, wenn ich das jetzt nicht mehr kriege, war. Ach, guck, das ist doch jetzt auch noch mit Päusen. Das war, äh, hätte ins Auge gehen können. Die müssen wir doch gar nicht klatschen, oder? Keine Ahnung, ich mach's weg. Aber nur eine von den zwei, ne? Das schränkt uns zu bei der Bewegung ein. Das ist allerdings richtig. Aber die stehen hier auf Elektrizität, würde ich mal sagen. Das ist okay. Ja, aber auch nur umfasst. Ich schrei doch mal, Mann, und schrei halt. Ah, dein AP, der. Läuft hier, nimm, Dani. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, es ist so langsam, würden die Elementresistenzen dann doch wichtig. Ja, so langsam werden die, glaube ich, interessant. Ja, ich geh grad hin. Rechts von mir ist ein Heelkuhl, ne? Ja, ich geh grad hin. Mein Gott, jetzt verweckt doch. Pick halt noch langsam mal, ich kann das F. Ja. Wir brauchen so ein Viech. Ja, ohne Witz. Ja, wobei die machen, die trugen ja auch nicht, auch die picken ja nur für dich. Ja, aber das aufmachen reicht ja, mehr muss man nicht machen. Das stimmt allerdings. Aber eins verstehe ich jetzt nicht, warum haben die Guards, äh, Familienreichtümer dabei? Keine Ahnung, geklaut. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So und so. Ja, sorry, ich brauch ein bisschen Platz hier, ich bin so schnell voll hier. Ja, ich mein's doch, und ich hab mehr als du, also. Ja, ich hab noch mehr Gegner, ey, ey, ey. Ja, aber ich hab sie durch die Wand schon gut angebummert. Mein Gott, sieh so eine Jogginghose, ha? die jogginghose ist tot die jogginghose ist tot wie lange wir die jungen auch natürlich hast du ein schild als andere wäre auch langweilig vorerst abschließend jungen wird das so zu ist drauf geachtet achten können aber ich habe hier schon recht viel blaues zeug gekriegt dass ich glaube dass du hier auch kannst du gut drin fahren ja deswegen sage ich hatte ich ja gesagt das ist interessant auf jeden fall jetzt kommt ein boss was ist hier für oberschenkel ach das ist eine spinne du kannst vom jose auf den boss eingreifen und ich kümmere mich um die dinge also meine die hat fünf lebensbericht das hier ist mit fünf mit dem Kunder mal ausgleichen na Prozent Megatacke pass auf eine Lösung sind die scheiß langsam Bälle keine Megatacke das war eine mega voll vor die mappe gekriegt und da muss ich mal raus ja ich kann das dann auch ein bisschen ein bisschen live fliegt schon die nicht angehen will das wird kurz los rau apenas was nicht geschaffen sie nein nein sie hatten mir noch eine kugel hinterher Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. der ganze zeit ich mal naja ist aber er war nicht zu lange oder eine gute länge und war anspruchsvoll das fand ich gut es gibt aber ein xp-boost mega frohen heute will ihn sehen ist auch okay ist ja auch nichts bewusst nur für eine andere andere art ja mal gucken ob der hand schutz der jetzt herauskommen ein bisschen besser ist jetzt pech wo zähl setzt pech jetzt ja sie kriegst habe ich viel schmuck ist einfach nur gekriegt und ein unterhalb nicht nur eine klasse ja läuft nie wie geschnitten brot der schlechter 32 ficke er sich möchte man sagen und eine quest verfügbar nicht verkehrt so die markus mein zeug schnell der Der Helm kann zerstört werden. Der O-Ring kann den neuen. Weg, weg, weg. Das Necklace. Core-Skill Damage Inklusion ist der Helm. So, Serge Dürin. Er sprach Serge Dürin. Gott sagte, okay. Ja, liebe Leute, ich habe einen Anklatschen. Und jetzt? Und jetzt? Was wollt ihr von mir? Ich mache ihm ein Angebot, was er nicht ablehnen kann. Ich habe immer noch ein Lagerhaus-Fan-Ticket zu bekommen. Ach, schön. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Herzlichen Glückwunsch, ey. Es gibt Dinge. Vor allen Dingen, wie oft in der letzten Zeit, wo wir The Reading gespielt haben, warst du am Lagerhaus. Und jetzt fällt dir auf, dass du noch ein Ticket hast. Danke, danke, danke. Bitte, bitte, bitte. Liebe Leute, ich würde sagen, wir danken euch fürs Zuschauen. Teil, liked, abonniert. Der Dungeon war cool. Da müssen wir mal gucken, ob Kai und ich den jetzt nochmal so machen. Oder ob wir jetzt ein bisschen warten und die dann nochmal machen. Weil ihr wisst ja, ab drei Dungeons, dreimal den Dungeon machen. Das ist eigentlich das, was das Spiel von einem möchte. Und das ist auch ehrlich gesagt das, was ich am meisten lohnt. Da müssen wir mal gucken. Aber jetzt erstmal beenden wir die Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ach, ich bin auch dämlich so die ganze Zeit die Willen zum Aufholmen da. Ach, noch lange nicht. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Leute, wir sind cool. Wir sind cool. Peace. Punion. Zeigegeben